Ich hatte einen Traum. Ich habe geträumt von einem Garten, unserem Garten, unserem alten Garten neben der Fabrik. Vor einer Mauer standen Menschen in Schwarz, Grau und Schwarz und starrten hinauf in den Himmel. Ich ging zu ihnen und fragte, was gibt's da zu sehen? Nach einer Weile hörte ich den Tod. Ich schaute hinauf und sah einen silbernen Ball, der sah aus wie ein Satellit. Und ich sagte, das ist nicht der Tod, das ist ein Satellit. Keiner antwortete. Aber es war das Schönste, das ich je gesehen hatte. Es wurde weiß und dann opal und wieder weiß. Und plötzlich wusste ich, es war der Tod.